Ich würde es nicht mit der Katastrophe fahren wollen, zum Abschnitt zum Branding. Von dem Anpassung, was möglich ist. Das war's für mich für Zürich. Ich bin ein Spitzkopf, wenn ein Fahrer kommt, um mich zu schützen. Erstens von 2.04, willkommen im Besuchverein. Bitte, bitte durchlaufen, das heisst, wir haben ein Spitzkopf. Bitte, bitte durchlaufen, das heisst, wir haben ein Spitzkopf. Mit marschieren! Solidarisieren! Mit marschieren! Mit marschieren! Zolauschen! Nein, nein, nein! Zolauschen! Herr Gerdi, das ist ein freundes Obstelabzug, die Schlüssel der 14-Schule in Riesbach. Herr Erzbouchor hat beschlossen, die Schule zu schliessen und damit einen wichtigen Bildungsplatz aus Zürich wegzunehmen. Damit können Sie auch die, die unterstanden sind, dass Sie Ihre Kinder später in die Schule hineintrennen. Bitte marschieren Sie mit und solidarisieren Sie mit gegen das Lösung von der Tonschule Riesbach! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann es fühlen. Ist es vorbei, David? Ist es vorbei? Ist das Feuer ausgelöscht? Ja. Hier gibt es eine Herzform. Bitte die mit Faklen ausserhalb der Linie, die ohne Innerhalb. Bitte alle Fakum-Träger und Fakum-Träger, innen, ausserhalb der Schem-Mah-Linie, auf dem roten Fakum-Stand. Der Riesbach wird aufgelöst. DMS nach Öhrlichen. Das NSG wird gar zu Gold gebaut und muss Löcher finden in den Schulerinsen. Schüler werden zu zahlen und zu Sparschein. Geld ist viel, viel ist aber mehr. Unsere Schule soll ausgelöst werden. die Riesbach-Schläge werden. Jetzt einmal wird er realisiert. Auf der Riesbach-Schläge zurück. Auf der Riesbach-Schläge zurück. Auf der Riesbach-Schläge auf der Riesbach-Schläge und auf der Riesbach-Schläge auf der Riesbach-Schläge. Juli in Wiesbach. Ein Rätungsgerät wird in Wiesbach geordnet. Und dieser Rätungsgerät sieht so aus. Die Diplom-Mittelschule soll mit dem neusprachlichen Genizanen-Erwögelchen Integral sagen sie denn. Das Chaos in der Bildungsplanung für die Publik. Dezember im Riesbach. Da bevor die Projektgruppe die Arme beendet hat, überholt der Herr Kuschel seine eigenen Truppeli mit einem völlig neuen Auftrag. Die Handelsschule wird aufgehoben. Die NSG-Kasse muss die umregende Schulen verteilt werden. Das ist später. Jetzt erscheint der Gericht von der Projektgruppe von der Herr Kuschel ins Lebengruppe. Wir fragen Sie, Herr Kuschel, wohin soll eigentlich die Reise gehen? Wissen Sie erlauben, wenn Sie weit? Wir sehen uns mal. To find a place to go Where peaceful waters flow I took a walk Past the old Saxon well Down by the cathedral I heard the chapel bow Join the people singing Far away we go Where peaceful waters flow Where peaceful waters flow If you don't know right now You never will When you look like Todos in the cathedral Anywhere You keep an eye on Asent Asent A Jack An An An